Ja, dann nächste Runde, oder? Diese Runden gehen ja sehr, sehr schnell immer vorbei. Die gehen gerade richtig schnell. Ganz ungewohnt für uns. Ist so, ist wirklich so. Vor allem, ich muss auch erst auf die neuen, beziehungsweise alten Waffen erst klarkommen auch. Das ist ja alles anders jetzt. Ja, ich auch. Ich auch. Ich weiß ja noch nicht, was macht was und so. Und vor allen Dingen auch irgendwo von oben dann nie runterkommen, ohne zu bauen und so, ist halt, ja. Ist so. Ich muss mal erst mal sich wieder da reinfinden. Ich hab was vergessen. So. Ein Häschen. Okay. Level 1. Wir sind solche Kacknoobs. So true. So true. Also jetzt kann man das wirklich so sagen. Oh ja. Mindestens. Aber hey, schön Map aufdecken. Oder Ananas, dies, das. Läuft schon. Mhm. Aber es ist alles so komisch. Ich will jetzt natürlich hier zur goldenen Brücke, weil Spideys, aber gibt's ja auch nicht mehr. Und, oh Gott. Ich find's sowieso interessant, dass überhaupt die Netze aber noch da sind. Oh, da ist der riesen Fettbohrer. Oh mein Gott. Siehst du den? Wie krass ist er denn? Da muss ich immer an die Fettbubble-Fettbeer denken. Ist so hoch. Ist doch echt so. Aber da siehst du mal, wie heftig das I.O. hier gerade ist. Aua. Bitte. Oh Gott, ich kann absolut gar nichts. Aua. Oh Gott, ich feier das so sehr, dass... Was ist das? Egal. Eine Granate, wirf sie. Oh, ho, 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 holy. Was ist das da? Ach. Höhle, das müssen wir andringen? Okay. Hilfe, ich bin fast tot. Mir geht's auch nicht gut. Uh. Was auch immer. Zieh dich an Vorsprung hoch. Hast du jetzt nichts links neben dir stehen? Dringender Auftrag. Äh. Jetzt steht's. Schleif... Schleifengänger, zeig mir deinen 5-Sekunden-Sprint. Ja. Jetzt, ja. Na also. Genau. Drücke. Jetzt kommt das mit dem Rennen und Sprinten bei mir. Ja. Dann let's go. Musst du machen. Äh. Okay. Ich bin schon ein zweiter. Ich muss mich irgendwo hochziehen, was ich immer noch nicht gemacht hab. Ich weiß ja auch nicht wie. Wie soll das jetzt hier im Moment möglich sein? Äh, doch, doch. Das hab ich gemacht. Du musst einfach nur an die Kante gehen und dann einfach nur hoch. Ja, ich hab' aber keine Kante. Da hier, da wo wir gestanden sind. Hier. Komm her. Hilfe. Kommen Sie her. Kommen Sie. Achso, wo bist du denn? Äh. Traf da unten umeinander. Ich muss fliehen. Ach, Quatsch. Fliehen. Scheiße, muss man. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Glaub ich nicht. Und jetzt weiß ich wieder nicht. Sie sich dann Vorsprung hoch. Man höre die Position dann zu nehmen. Springe und halte. Springe und halten. Okay. Wir kommen da wieder runter. Bam. Geil. Parcours. Steht es nicht. Oh, das ist voll geil. Sag mal, wie bist du denn da runtergekommen? Immer noch mit Seilrutschen. Ja, wo ist eine? Oh Mann. Ja, hier. Hey, das ist ja mega geil. Vor allem, man kann jetzt auch viel höher springen. Durch den Sprinnen springen. Oh, ist das geil. Das ist ja mega. Das ist wirklich eine coole Idee. Oh Mann. Warum sind denn hier so viele bitte, Leute? Ich sehe halt nur Fußstapfen. Ich weiß nicht, ob hier Gegner sind oder I.O. Aber I.O., ne? Kannst du noch mal aufs Luftschiff hochkommen? Mhm, ich versuch's. Ist das geil. Guck mal hier hoch. Ich probier's ja. Äh? Nein. Nein, 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 nein. Hier ist auch ein Chef. Hä? Ich hab'n Panzer. Äh? 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 Ich hab jetzt nen Panzer. Ich hab aus Versehen nen Panzer genommen. Also, wenn du willst, kannst du jetzt auch zu mir runter. Ich hab'n Panzer. Ja, ich will zu dir. Lol. Einfach mal nen Panzer geklaut. Ist halt wirklich Battlefield einfach. Boah. Boah. Ja, ja, das bockt's schon. Muss ich schon sagen. Krass, oder? Wie funktioniert der? Boah. Voll ungewohnt. Einfach Panzer. Was will? Boah. Aha, du kannst doch das Geschütz nehmen. Oh, voll gut. Oh ja, da ist die Chefin. Die zerlegen wir. Dr. Sloan. Au, au, au. Ähm. Das ist ja auch wie ein Battlefield. Wir haben ja echt nen Reparatur-Kit. Äh, ja, das war's dann mit unserem Panzer. Ich heim' ich heim' mich mal. So lange du nicht bauen kannst, erhältst du einen brandneuen Schutzschild, der sich immer wieder auflädt. Finde ich gut, ja, Schutzschild. Bis dahin, immer schön sprinten. Okay, ja. Okay, ja. Ich komm' zu dir. Okay, ich bin im Busch. Bis dahin hieß es. Das bedeutet, danach ist der Schutz weg, oder was? Das klingt jetzt danach. Wenn Bauern wieder zurück ist, dass dann Schutzschild weg ist. Finde ich eigentlich schade. Lol. Hallo. Schau mal, ich bin schon Level 3. Super. Danke. Was? Was? Ich sprüh dich voll, okay? Oh ja, bitte. Oh, das war's schon. Ich hab' jetzt so was heißes in der Hand. Super, danke. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so überfordern. Wir müssen hier sogar noch zum Sturm zurück. Scheiße. Was passiert hier alles? Wir kommen gar nicht mehr klar, ne? Ja, aber echt. Maßlose Überforderung. Ich hol' mir jetzt erst mal Spidys. Haha. Warte, ich hol' mir auch welche. Dann sind wir schneller drüben. Ja. Dann schaffen wir das. Ja. Oh Gott, das wird jetzt so ungewohnt, die nächsten 500 Runden. Haha. Es ist ja der Wahnsinn, was abgeht. Schwachpunkt Trefferserie. Da ist auch was Neues gebaut. Hilfe, es wird wieder geschoschen. Oh, da ist ein Gegner neben mir. Okay. Kampf. Kampf. Oh, okay. Oh, die fickt ordentlich. Was? Ich meinte... Ja, ja. Ja, ja, ja. Cool, die Maschinenpistole ist anders jetzt. Die ist mächtiger. Okay. Ich hab's jetzt geschafft, schon mal zwei zu zerlegen. Hey, wir kommen vorwärts ein bisschen. Möchtest du bei mir drauf? Rein? Alles? Ja, beides. Ja, beides. Beides. Auch tiltet wurde eingenommen. Ja, dann, äh, bitte. Wo bist denn du schon wieder? Hä? Du leuchtest von hier. Ich leuchte? Ab geht die Party und die Party geht ab. Denn wir haben eine Beachparty gebaut. Schau, was wurde hier gebaut? Was ist hier los? Ne, ich kenn mich gar nicht mehr ausrechtlich. Ich weiß gar nicht mal was oben. Hier war mal die Basis. Die, wo wir zuletzt gesehen haben, wo ich gesagt hab, hier ist ein neuer Krater. Jetzt haben sie hier was Neues aufgebaut. Da magst du ja eigentlich Schilddränke. Ich schmeiß sie dir mal hin. Wir müssen laufen. Gibt's überhaupt noch Risse eigentlich insgesamt? Nee, ne? Gott, was ist das hier wieder für eine Gegend? Hä? Das ist ein, das ist ein Helilandeplatz. Wie ich mich grad einfach da hinbauen wollte. Geht ja nicht. Oh! Guck, wie praktisch Sprinten jetzt ist. Man kann raus sprinten. Blubberchen, wohin gehst du? Ich mein... Ich weiß nicht, wo du hingegangen bist. Ja, vielleicht theoretisch Richtung... Nö? Es gibt ja hier keine Risse mehr. Ja, ja, ich bin ja einfach hinterher. War ganz brav. Äh, laut Map hast du aber genau entgegengesetzt geschaut. Du hast mich glaubt verloren. Nee, du warst da und dann warst du weg. Äh... Hier ist ne Kanone. Hier ist ne Kanone. Oh Gott, das ist komisch, wenn man nicht bauen kann. Jetzt kann ich nicht zur Kanone hoch. Oh doch. Nevermind. Komm auch hier hoch, ja? Du siehst ja, wo ich bin. Und dann nimmst du die Kanone. Weißt du? Weißt du? Musst du ausprobieren. Ja. Die Treppe ist hinten. Nö, ich schaff das sowieso nicht mehr. Wieso denn nicht? Du hast es doch fast. Ja, es ist zu spät. Ja, es ist zu spät. Es ist alles zu spät. Ich habe auch keine Heilung. Und es ist schwierig. Und wieso bist du denn stehen geblieben? Bin ich nicht. Ich habe nach dir geguckt. Aber ich habe ein Zelt und ich hoffe, das kann mich irgendwie heilen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Du hast doch ein Auto. Ja, das nehme ich ja auch. Aber es ist halt eine knappe Nummer jetzt einfach. Ja, nee. Das war zu knapp. Ich kann keinen Schutz bauen. Das ist so doof. So ungewohnt alles. Wir müssen weiter. Wir müssen gleich weiter. Lauf! Hier kannst du zelten. Glaube ich erstmal. Mein Zelt ist kaputt. Oh. Achso, das ist schon genutzt. Ich habe das ja gebraucht. So cool zu sehen, wie Leute jetzt einfach nur hinter Sachen Schutz nehmen. Anstatt zu bauen. Hä Leute, was ist mit euch? Baut doch einfach, hä? Voll komisch irgendwie. Warum nehmen die jetzt plötzlich Deckung? Ja, aber jetzt sind wir wieder zusammen. Jetzt geht es. Die Kanonen sind echt lustig. Wenn es so zeitlich geht, musst du die echt mal ausprobieren. Die sind witzig. Alter, warum ist denn alles so laut? Was denn? Der Arme-Vogel. Ja, nö. Der ist golden. Hat er was lustiges gejobbt? Weiß ich nicht. Äh. Ach da. Wir sind Gegner. Vorsicht. Ich sagte Vorsicht. Oh. Ja, jetzt muss kein Schutz sein. Da ist Bally hoffen alle. Das ist ja wunderbar. Das bleibt ja nicht mehr übrig. Bitte, du bist meine letzte Hoffnung. Okay. Okay. Sprinte einfach. Weil, ja. Du hast mich halt jetzt eh abgefackelt. Aber habe ich dich dabei? Äh. Nein. Du weißt doch, dass die Marke da immer liegt, dann so. Ach so, okay. Ja. Aber hey, wir sind Fünfter. Mega. Hey, immerhin, ja. Ja, das ist das. Die Fireflies waren keine so gute Idee. Also schon, aber nein. Du hast mich halt voll damit... Ja. Du hast mich sehr heiß gemacht damit. Es tut mir leid. War lustig, war lustig. Das geht echt ab hier. Ja, das war sehr lustig. Bani Hoppen hasse ich halt des Todes. Jetzt Bani Hoppen die halt alles aus sich raus. Das ist nicht mehr Fortnite, das ist Bani Hopp Night. Ja. Das ist richtig nervig, aber gut, okay. Ansonsten, äh. Ja. War ja gut, lustig. Können wir mal kurz in die Lobby reden, oder? Mal kurz. Ja. So. Vielleicht. Und, äh. Würde ich mich mal verabschieden hier. Für die Folge, so. Tschüss. Tschüss. Wie hat's dir gefallen, Blümberchen? War interessant? Ja, es ist ganz anders. Man muss erst wieder reinkommen, weil man ja ganz anderes, äh. Feiten gewohnt ist, ja. Das ist echt so. Man muss sich jetzt ganz einfach umstellen, ja. Ja. Und im Moment empfinde ich irgendwie alles grad viel stressiger. Weiß nicht, wie's dir geht. Ja. Irgendwie ist alles so, so, irgendwie schneller und stressiger. Keine Ahnung. Hm. Anders, würde ich sagen. Das ist sowieso. Aber ich hab das Gefühl, alles ist schneller. Trotzdem gerade. Hm. Willkommen beim Widerstand. Schön. Ich bin, was? Level, was? Vier schon. Wow. Ja, jetzt legen Glückwunsch. Direkt irgendwas freischalten. Das wär's doch jetzt. Äh. Hier. Ihre Flügel. Zack. Direkt ausrüsten. Und, äh. Ja, ihre Klingel. Klar. Auch direkt. Zack. Ausrüsten. Hä, was denn jetzt? Ach, jetzt haben wir... Ach, wir haben jetzt Omni-Schwert-Aufträge freigeschalten. Plus die sechs Omni-Chips. Dankeschön. Kann ich noch was holen? Äh. Tatsächliche Hintergrundbild. Wow. Ich hab sie jetzt schon fast vollständig. Krass, oder? Das ist ja krass. Und direkt Battle Pass Seite 2 freigeschalten. Ja, moin. Was ist denn hier los? Geht ja jetzt schon voll schnell voran mit mir schon wieder. In der Woche bin ich wieder Level 80. Ich sag's dir. Echt so. Schlimm. Na gut. Äh. Interessant auf jeden Fall. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier hinfort in die Night. Tschüss. 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 Tschüss.